Tagesdosis Heiße Luft um den heißen Brei Ein Kommentar von Matthias Bröckers In Indien denken 71% der Bevölkerung, dass die Erderwärmung hauptsächlich Menschen gemacht ist. In den USA 38%, Norwegen 35% und Saudi-Arabien 35% sind es nur etwa halb so viel. Da die beiden Letzteren ihren Reichtum allein dem Öl verdanken, mag verständlich sein, dass sie lieber wegschauen, wenn es um die Folgeschäden ihrer Einkommensquellen geht. In Indien hingegen, wo in den letzten Jahren Temperaturen von mehr als 50 Grad erreicht wurden, sieht man das deutlich anders. Dass in den USA 6% und Saudi-Arabien 5% auch die meisten Menschen leben, die einen Klimawandel grundsätzlich abstreiten oder denken, Dass menschliche Aktivitäten auf das Klima keinerlei Einfluss haben, 9 bzw. 7%, ist wenig überraschend. Die Klimaskepsis ist ein PR-Produkt von Big Oil. Und sie war sehr erfolgreich und hat dazu geführt, dass seit den 1980er Jahren so gut wie nichts geschehen ist, um die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Im Gegenteil, 1992 einigte sich der Erdgipfel in Rio, die damals 22 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bis 2012 auf 21 Millionen Tonnen zu reduzieren. Mit dem Ergebnis, dass es 2013 dann 35 Millionen Tonnen waren. Was nicht wundert, denn die Fossilindustrie wurde und wird mit Milliarden Dollar subventioniert. Da gleichzeitig einer der wichtigsten CO2-Fänger des Planeten, die Regenwälder, weiter systematisch abgeholzt und brandgerodet werden, um eine Fläche etwa in der Größe Deutschlands per anno, wirkt sich dieser 30%ige CO2-Zuwachs noch deutlich ungünstiger auf die Atmosphäre aus, als die Steigerung um etwa ein Drittel anzeigt. Und ein Ende des Zuwachses ist noch nicht in Sicht, weshalb die Einhaltung der Beschlüsse des Gipfels von Paris 2015, nach denen etwa die EU bis 2030 40% weniger Treibhausgase produzieren will als 1990, schon jetzt äußerst fragwürdig. Und selbst wenn das gelänge und tatsächlich könnte zum Beispiel Deutschland bis 2035 CO2-neutral werden, wie der Energieprofessor Volker Quaschening in einem Interview überzeugend darlegt, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn die Emissionen in anderen Ländern weiter steigen. Eine rasche Dekarbonisierung des Planeten kann nur mit weltweiten Anstrengungen gelingen, was man im Prinzip seit den 80er Jahren weiß, aber bei den Gipfeltreffen in Rio, Kyoto und Paris viele Lippenbekenntnisse doch global keine realen Reduktionen gebracht hat. Ja, aber CO2 spielt doch für das Klima überhaupt keine Rolle, weil es nur einen winzigen Bruchteil der Atmosphäre ausmacht, flötet mir da ein Skeptiker ins Ohr. Wasserdampf und Wolken sind viel wichtiger für den Treibhauseffekt als CO2. Das stimmt, aber Wasserdampf bleibt nicht 120 Jahre in der Atmosphäre wie CO2. Er kann auf Temperaturschwankungen schnell reagieren und er ist auch nicht die Ursache der Erwärmung, sondern eine Folge, die Temperatur bestimmt, wie viel Wasser in der Atmosphäre ist und nicht umgekehrt. CO2 hingegen ist, trotz seines minimalen Anteils an der Atmosphäre, für 20 bis 30 Prozent des Treibhauseffekts verantwortlich und dies, weil es kumuliert mit steigender Tendenz. Es ist also in Sachen Erderwärmung sinnvoll und angeraten, die anthropogenen CO2-Emissionen durch Verbrennung fossiler Rohstoffe drastisch herunterzufahren, auch wenn das allein keinesfalls ausreicht. Deshalb hatte ich unlängst hier schon geschrieben, Zitat, Wer von Ökologie spricht, kann vom Kapitalismus nicht schweigen. Das werden, so meine Hoffnung, auch die Fridays-for-Future-Kids checken, wenn sie weiter nachdenken und nicht in die Klimafalletappen und sich nur um CO2 kümmern. Denn das kann nur Mittel zum Zweck sein. Das eigentliche Ziel, den Planeten friedlich bewohnbar zu halten, kann nur erreicht werden, wenn der kapitalistische Zwang zu ewigem Wachstum überwunden wird und damit auch der permanente Krieg um immer knapper werdende Ressourcen. Ohne diesen Reset bleibt auch ein gespartes CO2 nur heiße Luft. Zitat Ende. So wie das neue Klimapaket der Regierung, das niemandem wehtun soll. Oder das Verbot von Plastiktüten im Supermarkt, wo Äpfel aus Südafrika, Erdbeeren aus Marokko und so weiter natürlich weiter erlaubt sind. Oder heiße Luftbuchungen mit neuer CO2-Steuer hier und fortgesetzter Kohlesubvention da. Oder keinesfalls die Benzinsteuer erhöhen, Gelbwestengefahr, aber den E-Auto-Hype fördern. Oder, oder, oder. So wird das nichts mit dem Reset. Denn genauso wenig wie es marktkonforme Demokratie geben kann, kann es marktkonformen Klima- und Umweltschutz geben. Das ist der heiße Brei, um den die Regierungen noch herumtanzen, wenn sie ein bisschen CO2-Kosmetik verordnen, den Vandalismus des Kapitals und die Barbarei der Märkte aber unbeirrt weiterlaufen lassen. Matthias Bröckers schrieb zuletzt Newtons Gespenst und Goethes Polaroid über die Natur. Am 2. Juli ist sein Buch Don't Kill the Messenger – Freiheit für Julian Assange im Westend-Verlag erschienen. Er bloggt auf bröckers.com. Dcrystall's Sekunde 힘들 disrupts D gases, vermibli, oder, oder, oder. Noch eine Brei-łoonne Ja, sal нет weniger wann so etwas unbe 김�ioxidxton und dann wenn es da zusammen ihr Oliver generen ouren Às S